Neander Dallertalk, dein Podcast von Mann zu Mann, Business, Beziehungen und Sex. Viel Spass. Die Vater-Sohn-Beziehung. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ja, die Vater-Sohn-Beziehung. Eine Beziehung, die logisch ist, in gewisser Art und Weise auch klar, aber auch sehr viel Dynamik und Verletzungen auch immer wieder stattgefunden haben. Und wenn du Vater bist oder wenn du momentan Sohn bist, und ich rede jetzt vorerst mal aus der Vaterseite heraus. Lieber Vater, mach dir keinen zu grossen Kopf. Es ist logisch, dass du eine Vaterwunde hindern lässt. Und lieber Sohn, ja, auch du hast eine Vaterwunde erhalten und die anerkenne ich komplett. Aber um was geht es grundsätzlich? Geht es darum, eine perfekte Vater-Sohn-Beziehung zu haben? Oh nein, um das geht es überhaupt nicht. Und da müssen wir uns Väter komplett davon distanzieren. Und zwar, wie oft rennen wir unterwegs und wollen einfach der beste Vater sein? Ein Elterntein, der Vater und Mutter insgesamt ineinander verfliesst und Fürsorge und... Ja, hast mich nicht hochgeschossen, etc. Nein, das ist keine Vater-Sohn-Beziehung. Eine Vater-Sohn-Beziehung ist, wenn ich als Vater Werte vertrete und mit Respekt und Anstand mit dem Sonnenmann umgehe, in meinen Werten. Entsteht dabei Schmerz? Ja, natürlich entsteht dabei Schmerz. Wir sind keine perfekten Eltern. Und wir werden einfach auch nur, in Aufführung, Schlusszeichen, einfach gut genug Eltern sein. Und das braucht nicht mehr. Nimm diesen Druck von dir selbst ab, dass du der perfekte Vater sein musst, der alles bereden kann mit deinem, seinem Sohnemann, etc. Es ist nämlich ganz andere Dinge, sind nämlich wichtig. Das eine ist eben die Vaterwunde mal bei sich anzuschauen. Das andere ist, seine Werte zu leben mit dem Sonnenmann zusammen. Und nicht angepasst in dem Sinne, natürlich in Verhaltensweise schon, aber angepasst, dass man nur noch irgendwie dem Sonnenmann es recht machen muss, damit die Werte anerkannt werden. Nein. So ein Klipp und Klar gesagt hat, hört zu, das sind meine Werte und ich möchte, dass die wir zusammen erleben. Das kann sein, dass er vielleicht nicht unbedingt erfreut ist darüber. Es macht auch nichts. Denn wenn ihr zusammen Freizeit nur zusammen nehmt und einfach zusammen im Wald grilliert, zusammen Jogging geht, zusammen zu Hause bleibt in Einzelfällen oder einfach Aktivitäten miteinander unternehmt, kleine Abenteuer, vielleicht später mal grosse Abenteuer miteinander lebt, das sind die Momente, bei denen Vater und Sohn aneinander wachsen. Dabei werden Knie aufgeschlagen, sich geschnitten, gegenseitig wehgemacht, vor Zorn, vor Wut, aber auch wieder Versöhnung, damit einhergeht. Diese Dynamik vom Agré-Design, unterwegs sein, Bäume fällen, ein Feuer machen, vielleicht ist man ein Jäger und der Sohnemann kommt mit und erlebt das auch mit. Oder einfach auch zusammen einen Garten macht, einen neuen Garten erstellt, Hütten baut, Baumhütten baut oder einfach nur Waldhütten, einfach aus Stöcken. Da sind so viele Verbindungen dabei, die wir in unseren Werten automatisch miteinander hineinleben und uns gar nicht darüber Gedanken machen. Oftmals sind es nämlich auch genau die Phasen gewesen, die wir mit unserem Vater unterwegs waren, bei dem zum Teil sehr wenig bis gar nicht gesprochen wurde. Und genau das sind diese Momente, die Vater und Sohn zusammenwachsen lässt, zusammenwandern, zusammen sein und einfach die Zeit zusammen geniessen und dann später auch zusammen Probleme besprechen, schauen, wie ist die Frauenwelt aus Sicht des Vaters, aus Sicht des Sohnes, was kann der Sohn erfahren von seinem eigenen Vater, wie man mit den Frauen unterwegs ist. Und wenn man natürlich da was weitergeben kann oder einfach vermitteln kann, hör zu, schau mal dort im Dorf vorbei, ich habe einen guten Freund, der ist Liebestrainer, sage ich jetzt mal dem so, oder der ist ein Coach für Werte oder einfach die Pfadis oder was auch immer, bei dem man einfach den Umgang miteinander lernt in den Polaritäten. Ich habe jetzt zwar Pfadis gesagt, aber auch dort kann der Sohnemann direkt die Polaritäten ausfindig machen, schauen, wie geht's, was kann man tun. Denn das ist das, was der Sohnemann dann schlussendlich auch beziehungsfähig macht, wenn er über dem Vater seine Werte, seine eigenen Werte erkennt, seine Vision erarbeiten kann, in Begleitung des Vaters und vielleicht noch anderen Männergruppen. Und so auch seine eigene Männergruppe entdeckt und daran auch Energie holt für seine zukünftige Beziehung, bei dem es einfach darum geht, bei sich selbst zu sein, die Wurzeln anzuerkennen, egal was für Wurzeln das sind, welche Geschichte dahinter ist. Und so kriegen wir Energie für unsere Beziehungsfähigkeit mit der zukünftigen Frau des Sohnemannes. Vielleicht ist es auch nicht eine Frau, also ich lasse jetzt das einfach mal so offen, aber in meiner Welt geht es um die Frauen. Wie man in den Polaritäten der Männlichkeit und Weiblichkeit miteinander leben kann, ohne das andere abzuwerten, sondern gleichwertig zu betrachten und so auch die Dynamik der Plus- und Minuspole im vollsten Wildheit leben kann, geniessen kann und einfach da sein zu können. Ein kleiner Tipp. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, verbinde dich mit deiner Vaterwunde. Heile bei dir selbst die Vaterwunde, damit du als Vater zu seinem Sohn sein kannst und nicht mit der Vaterwunde unterwegs sein musst. Mache, das ist der zweite Tipp, mit deinem Sohnemann regelmässige Männertrips oder Männerabenteuer oder Männertage, bei dem es auch darum geht, das, was wir erlebt haben zusammen, der Mama nicht gleich zu erzählen, um so auch Männergeheimnisse unter Freunden trainieren zu können. Ja, es ist auch ein Training dabei. Und wir Väter sind dabei verantwortlich, dass solange die Söhne noch klein sind, die ersten Erfahrungen damit machen können und wir merken, wenn sie es herausplaudern, wie die Frauenwelt reagiert und wenn sie nicht herausplaudern, wie eben die Frauenwelt dann neugierig wird und sie es toll finden, wenn man standhaft bleibt und dadurch automatisch attraktiv wird. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, geniesse ihn und denke daran, im März 2020, also das Wochenende am Schluss, da ist es angepeilt, halte dir diesen Termin frei für das Seminar Lebensschild, das ich mit Jan auf die Beine stelle und auch im September auch ein weiterer Seminarteil dort kommt. Da wirst du erfahren, wie du deine Gesundheit verbessern kannst, optimieren oder einfach auch erkennen kannst, was in dir schlummert, des sozialen Umfelds zu schauen, wie die Dynamik zwischen Mann und Frau sein kann, wenn es sehr gut läuft, Sexualität einfach mal unter Gleichgesinnten mal direkt dieses Thema anzugehen und bewusst einen Raum dazu kriegen, Beruf und Beruf und sich klarer werden, wohin möchte ich, was möchte ich, welche Werte vertrete ich und trage ich in meinen Beruf oder in die Berufung hinein, Finanzen, wie kann ich das verbessern, wie kann ich mit einfachen Strategien meine Finanzen aufbessern und wie konkretisiere ich meinen Lebenssinn, meine Lebensvision, damit ich diese in die Welt tragen kann. Ja, in diesem Sinne, in den Shownotes findest du viele tolle weitere Links, zum Beispiel auf Upspeak oder 20 Minuten, Gratis-Coachings oder einfach meine Homepage, bei der du schauen kannst, was für dich alles da sind, anderen Angeboten und lasse einfach dein Herz für dich sprechen und kontaktiere mich, wenn es, wenn ich dir helfen darf, deine Männlichkeit weiterzuentwickeln und Attraktivität, Charisma zu steigern. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Tschüss. Ach ja, bitte weiterleiten, liken, schöne Bewertungen geben auf iTunes, Spotify oder wo du mich auch in erhörst. Wir brauchen Männer, die sich um sich kümmern und so die Welt verbessern. Tschüss. 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 Tschüss.